ich bin ich bin vorne ich wollte soweit vorne aber da kommt auch ein ball ich habe es geschafft ich hoffe der ball wäre mein untergang meine erste runde schon ausgeschieden geht doch gar nicht eine aufnahme packen hallo wir werden hier nur sieger einstellen also gar nichts ich habe schon ein ich habe meinen noch der war noch nicht mal in meiner nähe verdammt wo genau bist du einer meiner weg warte ich muss dem ich versuchte ihn ja ich wollte ihn nein habe ich nicht wir waren die ganze zeit so ein typ von mir ich habe geplant den fest sollten und den so als ballast abzuwerfen bin ich in sicherheit gewesen wäre dann musst du dir ausgewichtigt wird mir schon der schwanz geklaut ich bin dagegen gesprungen ich bin dagegen gesprungen ist nicht aufgegangen dann ist der nächste dahin gesprungen diese aufgegangen weil es hat würde verarschen ja aber sobald du hier falsch liegst wie jetzt gerade aber ich sehe dich da vorne ich glaube ich ja ich könnte das vielleicht auch noch schaffen ich habe einer letzten glaube ich schon wieder hauptsache nicht abschritten ja ich bin einfach darüber gerückt links sind mir zu viele leute ich gehe nach rechts oder die kugel geht auch gar nicht hier fußball gespielt ja ich hoffe das glaube ich wenn die früchte mir jetzt nicht in den weg kommen nein ich werde als einziger von diesem blöden pflaume da getroffen ich bin drin 14 ich bin drin 14 ich bin drin 14 ich habe ich gesehen da hinten am ziel jetzt nicht nach super reifen springen da kenne ich gar nicht du musst in die reichen und die goldenen die bringen mehr punkte ok das ist ein team spiel ich gerade du bist bei mir ist schon einer meiner durch kollege sprung dadurch kollege nein 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 du idiot gibt es noch nicht gewartet da wir sind am ablosen der aber nein also voll kacke ihr könnt es naja wird schwer für mich mit den goldenen ja genau muss gar nicht dadurch ich kann auch so springen glaube ich bestimmt es geht auch nein wie soll man denn das schafft nicht ich bin zu schlecht für die spiel jedes mal ich glaube die andere nein warum erst mal da ich die spiel spielen und direkt verloren da sind drei hotdogs ich habe die man im ein team zwei so da am start na auch hier weil die waren noch nicht mal in aktiv oder so ich glaube das machen sie so ausgibt man kann je nachdem ich mag das auch nicht aber wenn du vorne bist dann bist du echt safe ja oh gott was ich aber nicht ich bin unten ich bin runter schon mal nicht sehr wohl ich habe den ersten check und es gibt natürlich die lila nämlich nach oben nein wie kann man sich festhalten irgendwie kann man sich an kanten und so festhalten auch mit r2 also mit dem aber wenn ich schon viel zu steile ist da kannst du nichts mehr machen er war ja nicht da war der checkpoint dinger oh mein gott kommt hier nach links idioten was macht ihr da ich glaube ich hoffe ich nicht weil die leute hier zu blöd sind ich schaffe das nicht mehr ich glaube es ist ja diese idioten nicht nach links gegangen sind wir die wirtschaft war schon die ganzen ganzen weg auf die eine seite müssen immer noch da es kann nicht so verteilen das heißt hier kann ich ein bisschen schön das heißt hier kann ich erst mal wieder finde da wisse kommen beide auf einmal pass auf wir sind hoch konzentriert sie war immer ein zang von den ländern ja schon wieder ich sehe noch nicht schnell genug eine schluss ja ich habe es gesehen dann gehe ich auch aus runde beendet ich wollte da raus gehen schau oh gott sind hier viele ich sehe nicht das direkt vor mir ich gehe auf die andere seite ich habe gesehen hat sich bei der blauen nix zu deswegen mich auf die gelbe gewechselt wenn ich sprüfte ist ich bin mal da runter gesprungen da war es wirklich obwohl ganz einer letzten sein dass ich nicht von den grünen wollen nein ja ja so gesagt sehr wohl doch der grüne waren ganz klein bisschen vor dir ehrlich gesagt ja also bei mir stücken ok da bin ich auch nicht gesagt übernächst nicht dass ich kamen er spiel bin ich der absolut beste spieler allerzeiten ich bin heraus wie ist denn das was ich bin du sagst dann geht es auch wenn ich da was nicht so oh man ich komme und finde ich noch vor problem habe ich auch mit dem spiel ja ich glaube ich war ja gerade alle am lenken ich schaffe ich nicht mehr vorsichter kommt ein apfel ich war so schnell ich auch mal bei dem spiel ab kann überhaupt nicht voran ich bin in der ersten runde schon ausgefallen stimmt ich gehe durch die goldene mitte wenn ich nicht umfallen will ich gehe wieder durch die mitte die mitte die mitte okay die ist falsch sehe ich schon ich bin der bezug gefällt hier gibt es ja keine mitte verlappt aber die mitte jawohl wollte ich sowieso durch danke kollege da geht ihr mal rechts lang ich gehe entspannt ich bin gleich bei der letzten ich schaffte okay ich habe nicht geschafft ich glaube ich 44 ich bin ja ich bin ja noch nicht verdammt stimmt folgt mir meine minions naja da bist du dich vorsichtig oh gott das schweige nein ne genau hier muss ich gucken auch ich glaube du bist du glaub ich seitlich höher genau seitlich mal mittig ja schon erzählt sich gerade nein mein kleiner finger war auf der ziellinie seht das etwa nicht was mit dem was ihr das nach hinten davor noch geflogen hat gesehen jetzt wird er irgendwie durch die luft gekickt oder so keine ahnung ich bin letzter ganz hinten gesteuerten der hotdog ist auch an mir vorbeigeflogen ich bin von der karte beinahe geflogen glaube ich nicht sind sehr weit hinten nicht so zu den letzten fünf sechs leuten und ich werde irgendwie nicht besser also ich muss durch die mitte gehen sonst schaffe ich das nicht ich muss jetzt riskieren okay ich bin runtergefallen ich muss durch die mitte gehen sonst habe ich das nicht nicht mit die ganze zeit durch die gegen geschleudert ob ich dich sehen oh mein gott als zum allerersten mal durch die mitte gegangen bin als wir zum allerersten mal gespielt haben da habe ich das geschafft habe ich ganz locker dadurch gekommen jetzt habe ich das nie wieder und bist du weiter ich habe schon immer in der zweiten runde aussehen hexen wer kann ich gar nicht ach so man darf sich nicht wechseln lassen gespielt habe ich noch nie gesehen hat spiel also einer ist verhext und der muss versuchen die anderen anzustecken und je mehr leute angesteckt sind so mehr geht der zähler und wir müssen gucken dass der blaue zähler zuerst und da bist du glaube ich bist so gelb ja dann sehe ich dich ich wurde noch nicht angesteckt hinter der ist einer kriegst mich nicht und du musst jetzt blau anstecken oder was wer gewonnen er hat verloren infiziert mein ziel ist heute wenigstens ist der dritte runde mal zu kommen einmal das ist mir glaube ich noch nicht gelungen heute stimmt schon direkt runter gefallen manche war mal so schnell von uns lustig wird also kurz funktioniert ja ich habe irgendwie ja durch zu kommen ohne hat mich mal schubs sehr gut nein ich schubsen kollege ne schubsen es ist mit dem haben wir hier und das ist das ist der dritte runde geschafft ich bin aus ja noch nicht erwischt und der külter jetzt kommt das dritte spiel zum ersten mal heute zum dritten geschafft worte auch viel spaß ja hey blau hat schon drei es war unfair wir stehen warte mal wir sind blau das voll fair ich komme die das ist noch bei gelb und jetzt bist du ein block ja 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 mein kopf war ein weg ich mir mal hier so ein ball ne okay danke ich glaube ein fall aber ich habe gesehen meiner aber die clown bei uns welche nein andere richtung man kann den kopf war ja schön nein nicht ins rot ins blaue nein jetzt haben wir null ist schon wieder passiert warum haben wir jetzt rot alle ja auch noch zehn sekunden nach hinten warum 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 ich freundlich um da gibt es auch nicht immer noch in führung aber anfangen das ist die dritte runde leider nicht geschafft ich mache mein team voll und ganz für diese niederlage verantwortlich aber absolut nichts falsch gemacht genau die anderen sind schuld hier ist richtig nein da ist falsch hör auf zu schützen ja ich habe durch die türen natürlich bei mir wird dann jetzt glaube ich alter ich komme mit der masse hier rein ich bin 41 ja ich war 41 von 2 der masse da rein gestürmt und nein kein gutes zeichen was kann man von den roten ein ich versuche den werben hier zu setzen ja warte ich helfe der kopf kopfball wenn er weg wenn er weg das ist unser war unser weil er geht mir dann rein ich bin doch auch ganz schön hartnäckig aber ich will ihn in blau rein ich will ihn gelb rein über fänger weg ich bin aber weg du tukern na wird man den nehmen nehme ich mir wo bist du glaubt bei rot und ich glaube ich bin bei uns die nehmen unsere bälle weg wir haben unsere bälle alle weg genommen nach ein schweißer noch was hier sind viel zu viele leute jetzt so blau bist du schon gut ich versuche den einen hier ja nein wenn wir jetzt nicht hingucken schnapp ich mir einfach den blauen ja voll unbeaufsichtigt scheiße nein wir verlieren dafür kam ja mit hochgeschwindigkeit ich bin untergefallen ich werde aber ich für nichts getroffen hier okay ich glaube ich bin durch ja noch 30 also weniger als 30 dann ist leichter finale dinge in der mitte 15 noch zehn sekunden nicht umschmeißen kommt jetzt ein finale ja was kommt jetzt der letzte karakter der über den schleim steht kein problem und die platten dann ist das kam ja schon wo ich im finale überhaupt gekommen bin mein kollega sein kann sein dass ich vielleicht eure platten auflösen aber das kannst du gut mit dem feldspunkt schaffen verdammt hätte ich da ich noch rüber sprechen müssen hier eine platte da gibt es doch nicht aber du wirst nicht der letzte darunter gefällt mir sind sicher ich glaube schon oder lass mich kurz überlegen ich glaube schon ich glaube ich war der letzte doch letzte das ist wirklich groß naja aus dem tomate ist noch drin jetzt nicht mehr doch mir ist also verzögert gemacht wird voll getroffen und dann springt da eine sich irgendwie aus wie laura kraft so mit den farbschema irgendwie also du meinst der auch ja farben erinnern mich irgendwie so stimmt sie hat so ein blaues doch auskommen ich bin für die laura kraft verschnitten ja egal ich bin traurig dauer ist weg jetzt aber ist da unten sicher das macht auch keinen sinn aber schon mal glückwunsch dass du ins finale bekommt er hat einmal ja 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 ja